Wow, hallo! Von mir auch Hallo! Meine Backen sind eingeschlafen. Deine Backen sind am Po, Hanna. Das sind die Wangen. Ich hatte Geburtstag und das sind die ganzen Beschenke von meinen Freunden. Und Freundinnen. Genau. Wir waren ja im Indoor-Spielplatz. Du kannst ja schon mal anfangen mit einem. Und die Kinder sind sofort losgerannt und haben gespielt und getobt und das über mehrere Stunden. Zwischendurch einmal Pause mit Pommes und Nuggets. Ja, worauf wir die ganze Zeit immer gewartet haben. Auf die Pommes, ne? Ja. Wir waren aber auch ewig da. Das war in der Fun-Arena. Dazu gibt es ja auch schon ein Video bei uns, wo wir mit TipTapTube damals waren. Ja, und bei TipTapTube gibt es ein Video, wo wir mit ihnen waren. Richtig, genau. Oder sie mit uns. Also in der Fun-Arena waren wir. Haben wir auch auf Instagram gepostet. Auf jeden Fall ist Hanna da. Ja, vor lauter Toben und Spielen nicht dazu gekommen, ihre Geschenke auszupacken. Und deswegen... Ohne! Jetzt zieht sie sich gerade am Stuhl hoch. Und deswegen... Kollege! Mach sie das jetzt! Nicht so dumm! Du! Du benimmst dich echt für den Hottentotel. So Schnuggi, mach! Das ist das Schiffe versenken, erinnerst du dich? True! Geht wer? Ja! Das hab ich ausgesucht! Das hab ich ausgesucht! Genau! Yay! Freut mich! Harte Mama! Oh, mit Kinderschokolade! Der ist mega lang! Was ist da drin? Keine Ahnung! Was hattest du dir ausgesucht, was die Form hatte? Reis! Einfach Reis! Ich weiß das ja nicht! Die Uhr! Ach! Die Uhr! Schmeiß auf den Boden das Papier! Love! Ja! Love! Liebe heißt das! Love Kitties! Die Uhr! Kennst du Love Kitties? Nee! Love Kitties! Das sind kleine... Plätzchen? Ja! Kleine Kätzchen! Die packe ich mal im Kühlschrank! Was kann das wohl sein? Cool! What? Was ist das? Das ist ein automatischer Strohhalm! Zu zweit! Dreh nochmal um! Ach wie cool! Den kannst du dir zusammenbauen, ne? So ein Röhrensystem! Das ist ja witzig! Das hast du dir gar nicht ausgesucht! Das haben sie selber ausgesucht dann für dich! Das ist ja witzig! Gefällt dir gut? Ja! Wieso schreiche eigentlich? Weiß ich nicht! Holzlegesheld einfach! Was könnte das wohl sein? Ich hab keine Ahnung! Nein! Was? Warum können Schweine fliegen? Hey! Mach dir auf gegen die Kamera zu ditschen! Da! Ah ja! Und warum können... Die hast du dir ausgesucht! Schweine fliegen! Das hast du dir... Können Schweine fliegen! Das hast du dir auch ausgesucht! Warum können Schweine fliegen? Ich glaube das wird Lego Friends sein! Warum denkst du das bei jedem Paket? Deine Ahnung! Weil irgendwann... Ja! Irgendwann muss ja auch noch... Wenn's kommt! Hier! Ich glaube das wird Lego Friends! Hä? Ah! Die Klingel! Die Klingel! Ja! Und? Und hoch mal! Schaut mal! Das ist nämlich eine Klingel... Warte! Und noch mal! Und noch mal! Und noch mal! Das... Ich lege ein! Es lege! Juhu! Zeig ich welches? Ah okay! Das scheint irgendwas mit der Küche zu sein! Das mit dem Hotdog! Ah! Und? Badespiel! Nicht dein Ernst! Haha! Cool! Ich bin gespannt! Oh yeah! Das ist der Ball! Der Blinde! Hup! 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 Erst placht dann rund! Das ist Blackball! Mhm! Das kenn ich aus deren Werbung! Nicht dein Ernst! Haha! 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 Drei Tage Zeichen! Kuss! Der blinde Passagier! Da hattest du irgendwas anderes zu gesagt, ne? Blinder, 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 Flinder, 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 Flinder! Der Blinde, Plasazier! Irgendwas hast du falsch gemacht! Der Blinde, Plasier! Der Blinde! Der Blinde! Habe ich wieder! Vier Stück noch! Eins, zwei, drei! Und drei Lollis! Wow! In den Farben von einer Ampel! Kleb, kleb aufm, klapp, kleb! Ah, der Lula! Degofin! Ein weniges? Ein Autosch... Oh! Ein Waschsalon! Tiersalon! Ja! Ein Waschsalon! Mit der Spritze! Cool! 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 Oh! Neue Kamera, weil Akku leer! Hier! Und Papa vergesst die immer auch. Ja! Jetzt hoffen wir mal, dass das hier ein bisschen hält. Ja! Wie voll ist der Akku? Noch sagt er mir voll, aber das geht manchmal ganz schnell irgendwie. So eine Vorwarnung. Zack! Alle! Was ist da? Ah! Ich ahne was es ist! Eine lange Freizeitbeschäftigung, wenn ihr mal richtig langweilig ist! Mit 11 L! 100 Teile! Na denn! Ich hab' eine süße Mietze! Was heißt eigentlich der Fluss? Ab 6 Jahren! Ah! Und was ist das? Ein Badezimmer? Ja! Ich hab' eine quietsche Ente gesehen! Eine Badeente! Ist da noch was drin? Hier alles! Ach! Dieser Schleimball, ne? Oh! Was war das für ein Geräusch? Drück mal! Gehört das so? Drück mal richtig doll! Oder ist er kaputt? Warte, ich komm' mal dichter! Gehört das so? Ja! Ich dachte, da kommt immer eine... Ah! Hier hinten kommt eine große! Raus! Ne! Das ist der Knopf! Der lasst zusammen, ey! Nicht Dösi! Hä? Ich hab' gedacht, da kommen diese einzelnen... Drück mal ein bisschen doller! Nein! Ich ritt das raus! Das scheint irgendwie ein anderes Konzept zu sein, als das, was ich kenne! Okay! Habe ich's kaputt gemacht? Wow! Ich wünsche es wieder rein! Geh packen! Das ist ein Knackengas! Ein Buch! Ich weiß nicht, ob du recht hast! Ich erinnere mich gar nicht! Das ist ein... Hattest du das ausgesucht? Ja! Ah! Daran erinnere ich mich gar nicht mehr! Oh! Mein Tagebuch! Danke an alle meine Freunde für die tollen Geschenke! Ja! Eine super Auswahl, ne? Echt! Ich sehe komischer Schleimball! Gefallen euch die Geschenke genauso wie mir! Bis zum nächsten Mal bei den Spielzeugtestern! Tschüss! Das ist ein merkwürdiger Ball! Ich hab' gedacht, der wäre irgendwie anders! Wenn euch das Video gefallen hat, macht den Daumen hoch! Und nicht vergessen, unseren Kanal kostenlos zu abonnieren! Und hier könnt ihr zwei weitere Videos anschauen! Bis zum nächsten Mal! Da!